Jans und herzlich willkommen zurück zu Rackfest. Weiter geht's mit der Weltmeisterschaft und heute das Bösen des Chaos. Wir erwarten dich Chaos, noch mehr Chaos und Zerstörung. Auf einer Auswahl von Oval- und Achterformstrecken verbreiten die Rennfahrer Angst und Schrecken. Es ist das ultimative Smash Festival der Saison. Ähm, let's go. Da würde ich jetzt einfach mal dieses Auto hier nehmen. Ich störe mindestens einen Gegner, verursache mindestens 1000 Schaden. Los geht's. Wir haben ja da nicht mehr allzu viele. Ähm, also viele Rennen, die wir dann machen müssen. Um die Weltmeisterschaft zu... Oh... denn es geht nicht. Ich schadere die Erde. Ich schadere die Weltmeisterschaft. Ich schadere die Weltmeisterschaft. Ich schadere die Weltmeisterschaft. Okay, die Weltmeisterschaft, die Weltmeister.... Da geht's nicht. Das Auto kann man gut um die Kurven driften. Shit. Die beiden haben diesen weiten Vorsprung vor sich. Holy Shit. Aber... Uuuuuh, das hat weg. Das ist auch weg. Halte. Dritte am 24 immer noch. Obwohl einer weg gerammt wurde. Aber vielleicht war das eher einer von hinten. Ich glaube die beiden hier sind die erst... Ok, jetzt bin ich die erste. Ok. Ich glaube, es kommt manchmal nicht ganz draus mit dem Nuval hier. Shit. Das hat mir noch 47. Ok. Wir haben gerade mal die Hälfte. Oder noch nicht mal die Hälfte. Das war knapp. Komm schon, verpiss dich! Junge. Angsthaft. Warte, wie das aussieht. Der erste Werden ist hier, glaube ich. Bisschen schwierig. Oh shit. Und die Überlebnis ist auch schwierig. Ich trete von 24. Und 6 rum. Und verliegen ziemlich viele Leichen. Oh shit. Oh shit. So wie das heißt. Er ist wohl mit der Crab. Zweiter Platz. EPPO, das hätte... Schlechte Können mit uns. Und da kommt ein scheiß Leich jetzt. Er ist genau. Okay, das muss jetzt mal sein, wenn ich den Weg gekriegt habe. Okay, noch drei Runden. Da ist der erste Platz. Den müssen wir noch irgendwie einfangen. Oder er manipuliert sich. Manifriert sich, manopi manipuliert sich ins Haus. Auch gut. Jetzt reicht er bloß nicht mit uns. Passieren! Achterform ist echt eine Strecke, der... der... wenn es die Gefahr rausgeht. muss ich das so anschauen. Das war doof. Das war doof. Zweite kommt. Und unser anderer. Okay, ich glaube, das haben wir. Okay, zack. Doch, das war's. Sehr gut. Erster Platz. Und, glaube ich, ein Bonus-Teal erreicht. Ne, doch noch nicht. Okay, crashen mindestens drei Gegner. Verursache 1000 Schaden. Und das crashen ist ja immer ein bisschen nervig. Weil man da irgendwie Autos genau treffen muss, damit sie eben durch mich in eine Bande fahren oder ein anderes Auto. Das ist immer möglichst schwierig, das hinzubekommen. Und nicht warten. Ja, moin. Getreten habe ich schon mal jemand. Okay, einer raus. Gut. Manchmal finde ich ja die Bonus-Ziele fast ein bisschen wichtig ist. Als Erster zu werden. Nice, der Zweig ist raus. Durch uns. Ach, komm schon. Schade, das hat nicht gezählt. Schade. Ich hätte es jetzt als raus-crashen gesehen, aber okay. Wir sind achtig. Oh, da liegt eine Leiche, die ist hindurch. In der Ideal-Linie liegt. Und da vorne geht es ab. Nice. Das war günstig. Günstig gelegen, das Autobra. Auch Schaden auch erreichen. Sehr gut. Oh, man. Vierter Platz. Schaffen wir das? No. Der vor uns ist irgendwie schlecht der Letzte. Komm schon weg. Weg von der Acht. Er hat gedreht. Ja, das sieht schlecht aus. Wir kriegen sich ein bisschen zu wenig da vorne. Also, dass sie profitieren könnten. Okay, einer ist weg, der aber auch nichts Wichtiges war. Okay, gibt der Platz. Das ist unsere Schosse. Komm schon. Weg mit euch. Das wird jetzt schwierig, das zu harfen. So wird es sowieso schwierig. Juni. Weg von der Wand. Ich glaube, das ist der zweite Platz hinter uns. Ich glaube, das ist der zweite Platz hinter uns hier. Boah, was für ein Rennen. Weiter geht's. Big Valley Speedway, inneres Oval. Wieder zwölf Runden. Die zwölf Runden renne ich mir manchmal ein bisschen fast zu lang. Und deshalb bin ich auch ein bisschen froh da, sobald die Karriere hier durch haben. In der nächsten Weile ist es schon ein bisschen sehr viel so... ...ja, nicht so viel Abwechslung. Also, ich finde, man hätte die Karriere ein bisschen kürzer halten können. Aber gut, ich werde das dann am Schluss noch besprechen, wie ich so die Karriere gefunden habe. Und dann werden wir irgendwann später sicherlich mal den Multiplayer anschauen. Weil da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen andere Rennsituationen. Da das ja echte Spiele sind und die... Ui! ...immer anders reagieren. Achso, KI-Gegner. Uuuu, das ist sehr schön genommen, die Kurve. Aber hochschalten lohnt sich hier jetzt gar nicht. Der Erse kommt ziemlich gut durch. Ich glaube, ich gehe da vorne. Mit der Flamme. Mit der Nummer 85. Ja, das ist unser erster Platz. Wenn wir irgendwie einholen müssen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Kommt da noch ein anderer Typ. Jetzt sind wir schon zuerst. Äh, vier Tier. Okay, ich gehe wieder dritter, sehr gut. Sehr gut. Also hier ist der zweite Platz. Kann mindestens zweiter werden. Oh, ich gehe wieder dritter. Ich bin ernsthaft. Fail. Hast du verdient. Hab ich auf die Map geschaut. Manchmal deutsch. Ich weiss nicht ob wir noch Zweiter werden können. Obwohl hier ist der zweite Platz. Den jetzt erstmal weggeräumt ist. Aber das muss nichts heissen. Oh da ist der erste Platz. Nice. Ok. Gut. Können wir das behalten? Könnte möglich sein. Yes. Perfect. Position 1. Sehr gut. Und dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Rackfest. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn wir die nächsten drei Rennen hier machen. In diesem Event. Outrack. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. bolsch. Untertitelung des ZDF, 2020